So, jetzt erzählst du es mir noch mal, das ist alles gut. Jetzt erzähl mir noch mal, was wir vorhaben. Wir gehen jetzt via Venezia zu dem Italiener, wo wir letztes Jahr in den Winterwochen fast jeden Abend gegessen haben. Gut. Schauen wir mal, ob es hier die Ärzte noch gibt und zweitens, ob er sich an uns erinnern kann. Bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. 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 tracked man eher 20. Mal. Varte. Vergas, die überall sind ja ganz gut. Al damals wieder sehen unsetaan. mögliche. Wie fühlt es sich an auf den letzten Metern, bevor wir wissen, ob wir was beim richtigen Mieter jener zu essen kriegen? Kannst du mal eine intelligente Frage stellen? Nein, ich habe so einen Hunger, ich kann keine intelligente Frage stellen. Es geht ja genauso. Ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Hunger. Das ist ein Hunger.